Das ist Abenteuer. Das ist Wahnsinn. Richtig wild. Affengeil. Ich bin auf dem wilden Sardinien. Da steht einfach mal so ein alter Fiat seit Jahren rum. Seit Jahren erkämpft sich da der Rost. Die kleine Scheibe ist schon herausgeflaugert. Wann ist er das letzte Mal eingelöst gewesen? 2010. 13 Jahre, mindestens 13 Jahre steht er da unter einem Baum, eingedrückten Dach. Das ist nicht ein Auto, das man wieder flott machen kann. Das ist ein Auto, das man einfach so behalten muss. Ein Kult. Es passt einfach. Es ist wie eine Kunst. Es ist einfach schön. Hatte das nicht mal einen Motor drin, vielleicht? Jetzt auf jeden Fall nicht mehr. So cool das Auto. Richtig verlassen, vergessen. Seit Jahren. So cool das Auto. Das ist der erste Mal. Lost Place in Italien. Und niemand ist da. Das sind nur die Palmen und die Kaktusse da. Aber vielleicht steht jemand mit dem Maschinengewehr hinter dem Fenster und schießt nachher auf mich. Das wäre ein spektakuläres Video für euch. Hoffen wir mal nicht. Die kleine Bambino, oder? Schon süß. Frost, wo man mit dem Finger reindrücken kann. Die Lichter und die Blinker könnte man noch verwenden. Ich denke, das wäre so etwas das Wenige. Und die Stoßstange vielleicht noch.